willkommen zu game of tubes folge 8 zur folge niemand ein hinweis vorweg ich habe nicht geweint ich habe heuschnupfen ich bin nicht so sehr ergriffen von der folge zumal es auch schon zwei tage her ist warum kommt die folge erst heute wir waren alle drei voll im e3 stress wer es nicht mitbekommen hat in los angeles findet die größte spielemesse der woche statt die e3 und wir haben und wir haben nonstop für euch berichtet ich hoffe ihr habt es sehr genossen wir jedenfalls schon egal wir kommen zu game of thrones folge 8 zu beginn wie immer die einstiegsfrage wie hat es euch gefallen ich fand ich gut echt ich fand ich fand sie über weite strecken nicht wirklich gut aber das lag nicht unbedingt an der folge sondern an dem wissen dass es jetzt gegen ende geht weil du noch mehr folgen willst für diese staffel oder ja vielleicht ist es das wissen dass das jetzt wirklich also nicht nur für diese staffel sondern ja das ja auch die nächste staffel so kurz wird und deshalb tut mir jetzt jede szene noch mehr wie von der ich so denke braucht die oder macht halt mal was jetzt kommt halt mal in den pushen also da hatte die folge ich wüsste aber eine menge fand ich jetzt vor diesen typischen szenen wo man sich dann doch fragt ob es diesen ganzen schauplatz braucht bzw was denn da jetzt eigentlich vorangeht bei den leuten und bei den jeweiligen situationen weil ich hatte das gefühl dass die szene dass die serie schon mal progressiver war was war denn die eröffnungsszene war die mit dem theater oder genau ich muss mein handy noch ausmachen jetzt kommt hier die ganze wir nehmen das ganz früh früh morgens auf deswegen habe ich auch hier kaffee und jetzt kommt die ganze büro scheiße hier schon rein wo wirst du machen die eröffnungsszene war im theater und wir haben wieder einen blick hinter die kulissen bekommen die ganz kurz noch eine eine sache bevor wir hinter die kulissen schauen man sieht ja also die szene fängt ja damit an dass diese alte schauspielerin aus den vorherigen folgen war ja dass die 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 aria umbringen sollte im auftrag von dieser jungen schauspielerin die da irgendwie neidisch war und dann hat doch irgendwie so vielleicht erinnere ich mich da falsch aber ich dachte dass es dann hieß ja der many faced god hätte auch gesagt das ist schon richtig so also weil sie sich auch dann angezweifelt hat dass man ob sie das machen soll oder nicht und ich fand vielleicht ist das jetzt viel zu viel interpretiert und das stimmt gar nicht aber die alte schauspielerin spielt ja dann auf den tipp von aria hin die sers sie anders also sie ist dann nicht so so schluchzig sondern es ist so dieses der hass der hass einer mutter die ihr kind verloren hat und das führt irgendwie doch dann im volk dazu dass die leute ist alle voll verstehen können alle voll auch ergriffen sind und auf einmal auch voll bei der sers sie irgendwie sind ist es jetzt zu viel interpretiert zu sagen dass die sterben musste weil das möglicherweise im volk eine gewisse meinung oder eine so eine art revolution im volk auslösen könnte wenn die dann auf einmal hinter sers sie sich stellen und dass der many faced god schon irgendwie geahnt hat oder ist es zu viel aber das ist ja die sind ja wohl völlig anders ist ja wurscht so eine revolution das aber das ist ja nicht das ist ja nicht das ist ja nicht wie eine neue folge game of thrones oder walking dead die dann jeder schaut sondern das haben ja nur die paar leute da in dem vielleicht fängt von da an die sersi revolution an die pro sersi revolution ja das hatte ich jetzt für ein bisschen an haaren herbeigezogen weil ich nicht glaubt dass sers sie im volk sehr beliebt ist ehrlich gesagt beziehungsweise glaube ich dass da war es doch dass eine haste nicht beliebt und jetzt ist es halt eher so man versteht warum diese sachen macht vielleicht weil sie diesmal ich fand dass sie hat diesmal auf der bühne schlechter geschauspielert als zuvor weil in der einszene als die schon mal zu sehen da war es ja so dass alle voll plakativ gespielt haben und diesmal und sie hat nicht sondern sie hat sehr recht cool und und diesmal war es so dass sie halt auch so voll overacted hat aber das mag nur ein eindruck sein aber die theorie ist nicht schlecht ich muss gestehen nachdem wir in der letzten folge ja so ein bisschen diese theorie hatten mit von wegen was ist da am ende tatsächlich der folge passiert und ist es wirklich aria und nachdem in dieser folge die labest mögliche auflösung für diese ganze geschichte kam bin ich sehr vorsichtig mit oh was haben sie sich vielleicht dabei noch gedacht und was könnte da noch alles rein interpretieren sorry aber die tiefe ist vielleicht dann doch die wir manchmal haben wollen gar nicht da also es geht es darum dass wir in der letzten folge diese theorie angesprochen haben dass es möglicherweise gar nicht aria war sondern der wie heißt der nahares nee hier ist der jacken haben ja der deutsche schauspieler dass der sich nur als aria verkleidet hat um mehr oder weniger den hass oder den die gewalt seiner schülerin da abzufangen und aria zu schützen und die sich deswegen so auffällig da auf das boot versucht hat einzukaufen stellt sich heraus nee war nur aria die ganze zeit hier ein bisschen doof ist wollen wir das jetzt besprechen oder auch zum finale hin oder wir können es eigentlich auch gleich jetzt sagen weil wir wenn ja alle durchgehen es gab ja sogar noch eine theorie da haben wir in der letzten folge habe ich nicht drüber gesprochen sondern habe ich auch gelesen dass die the wave also ihre verfolgerin da die assassinen dass es die gar nicht gibt sondern dass die so teiler durden mäßig nur eine abspaltung ihrer selbst ist die quasi in dieser ausbildung erzeugt wurde beziehungsweise dass das auch sie ist also wenn wenn der der jacken haare wenn der mit der redet dann redet er quasi mit der schon viel ausgebildeter rennen und viel also mit der no one version von aria und so weiter das fand ich eigentlich auch nicht so ganz war ich auch ein bisschen reizvoll so die theorie dass die ganzen fans die viel besseren geschickt ja ja das ist ja das und dann kommt die kommt die wahrheit und du denkst so man ja das ganze ende mit aria dann auch so ich weiß nicht so unglaubwürdig war so dann 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 kriegt sie in dieses theater und ist halt echt schwer verletzt ich meine einmal schnitt quer über dem bauch zwei stiche voll in bauch und sie blutet halt voll dann trifft sie da diese schauspielerin und die nimmt sie dann weiß ich auf ja und dann dann kriegt sie ein süppchen und dann wird sie so ein bisschen verbunden weil sie ist es ja gewohnt sie sticht er ihren ihre lover ist auch ständig ab und muss sie dann wieder zusammenflicken und dann dann kriegt sie noch so ein bisschen so wie medie night und dann macht die aria auf und dann merkt sie schon dass die die ihre 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 krankenschwester da umgebracht wurde von der wave und dann kommt dann diese furchtbare verfolgungsjagd und dann natürlich ist dann aria wieder total fit weil zwei so bauchstiche und so weiter ist jetzt auch gar nicht so schlimm und sie hat ja auch suppe bekommen und dann rennt sie das durch die ganze stadt und die andere hinterher und mit diesem blick so t1000 und dann das spielte schon gut und sie haben sie auch die richtige schauspielerin gecastet und dann ganz am ende landen sie bei bei aria in der bude die macht das licht aus weil sie sehr gewohnt ist im dunkeln zu kämpfen und schafft es dann natürlich sie zu töten so noch eine gewagte theorie darf ich mit marco schon drüber unterhalten sie läuft dann in dieses verlies oder diesen raum da unten wo dann ihre waffe also diese niedel rumliegt und besiegt die dann im dunkeln wie viel davon war geplant also voll die wilde theorie was wenn sie sich absichtlich da auf diesem schiff gezeigt hat sich absichtlich hat abstechen lassen um in so einer unterwürfigen opferrolle zu sein dass die andere ihr auf jeden fall in diese ausweglose diesen ausweglosen raum folgt weil irgendwie sobald sie das schwert in der hand hatte hast du auch gemerkt dass ihre haltung sich geändert hat also mir kam es so vor als wäre das vorher weil sie so ich habe eine verletzung ich habe angst und sobald sie dieses ding in der hand hatte war es dann so ein aha jetzt drehen wir ziehen wir mal andere seiten auf also kann es denn sein dass das alles vorher nur teil eines plans war oder das kann natürlich sein aber ganz ehrlich ich finde wir sind momentan in dieser staffel an einem punkt angekommen wo wir diese serie aufwerten können durch tausend von solchen theorien dann festzustellen dass also ich da möchte ich irgendeinen hinweis haben dafür was hätte denn aria davon dass sie hat ja mit the wave keinen beef oder so sondern sie kann ja froh sein wenn sie aus bravos einfach abhaut und sie wusste ja bis zu der stelle wo sie von der wave attackiert wurde und diese bauchstiche abgekriegt hat gar nicht dass sie tatsächlich jetzt auf der liste steht von dem manifest gott so und dann ist es schon sehr gewagter plan okay ich lasse mich erst mal ordentlich in den magen stechen damit ich dann vielleicht die oberhand habe also es ist schon sehr hoch gepokert irgendwie man kann die teorie haben aber es ist also ich finde es auch also es ist das ist das ist das ist wieder so verkopft dann für was was am ende gar nicht tatsächlich so verkopft in der in der umsetzung dann ist also selbst wenn sie einfach nur davon gelaufen ist und hat sich halt in allerletzter sekunde daran erinnert dass sie ja im dunklen den vorteil gegen die hätte und sieht die dann abgestochen hat selbst dann fand ich die szene noch gut weil ich nicht mehr sehen kann die nur noch als opfer immer zu sehen dieses sie ist blind sie wird geschlagen wird abgestochen liegt im bett jammert jetzt endlich mal bis hierhin und nicht weiter und dann auch dem sekunde ich muss den namen kurz spicken jacken hager jacken heger wie das eis die mal auch mal die meinung zu sagen von wegen ja kannst du deinen no one schmarrn in die haare schmieren aber das hat die frage was hat das bei dem kam das ja eigentlich ganz gut an also der war ja dann doch ganz zufrieden mit dem ausgang ja im wasser also so ja jetzt bist du dort wieder die arge da ja ich hab dich halt nicht beugen können die nur aber dann haben wir doch die dann ist doch die frage was hat sie denn jetzt tatsächlich da gelernt sie hat jetzt also gelehrt im dunkeln zu kämpfen und kann sie dann nicht auch so infiltration sachen immer noch die ist jetzt die sniper einheit sie hat sich hat nie irgendwie sind die masken aufgesetzt oder also diese masken fähigkeit die hat sie nicht gezeigt zumindest ob sie die kann oder hat sie das nicht gemacht sah sie nicht mal so aus wie wie so ein anderes kind und da bild ich mir das gerade ein war da nicht da wo sie einmal das erste mal ungehorsam war und diesen kinderschänder da umgebracht hat hat sie sah sie da nicht mal kurzzeitig aus wie ein anderes kind glaube ich glaube doch 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 war das vielleicht bild ich mir das sogar noch in der letzten staffel ja ja schon naja auf jeden fall ist es jetzt endlich fertig da es geht jetzt endlich mal irgendwie weiter mit ihr sie kann jetzt irgendwo mal hin ist ja auch es wird auch ich möchte mal sagen ne höchste hier höchste zeit ja aber sie hat doch auch an also sie geht jetzt zurück nach winterfell oder sie geht jetzt nach hause nach besteross erst mal ob sie nach winterfell geht aber sie sagt ja i'm aria stark and i'm going home oder vielleicht ist sie jetzt die armee die die da unten noch brauchen dann wird es aber schnell gehen weil in der nächsten folge findet schon also ja das genau noch bis montag zeit nach winterfell zu kommen weil da ist dann die große entscheidungsschlacht zwischen battle of the bastards heißt die folge schon als es jetzt nicht der oberspoiler in der nächsten folge geht kriegen ramsey und john snow gegenseitig aufs maul oder geben sich gegenseitig aufs maul das wird glaube ich sehr spannend das wird wahrscheinlich wieder die wie die hard home folge die die ganze zeit an einem schauplatz ist nämlich nur diese schlacht können wir uns glaube ich darauf freuen wird wahrscheinlich auch sehr sehr teuer und sehr sehr aufwendig extra artworks beziehungsweise tolle fotos von set schon veröffentlicht die zeigen dass da richtig zur sache geht aber egal wir kommen was war die nächste szene war das mit dem haunt dann jetzt kommt der haunt und der ist immer noch sauer aus der letzten folge weil da der 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 barkeeper getötet wurde genau wer wäre es gar nicht gut würde ich leute auf den kopf schlagen war da gibt jetzt gar nicht unbedingt wandten so wahnsinnig viel darüber zu sagen außer dass er scheinbar jetzt dann doch vielleicht noch mal einen kurs also irgendwie ein grund hat zu kämpfen abseits von seiner wut also erscheint jetzt irgendwie also so kann mir das zumindest als würde ihnen das zumindest erst mal interessieren was da wohl vielleicht für eine bedrohung kommt und ob man auch nützlich sein kann war er denn mit seiner rache an dem punkt also er hat er erst diese paar hansl platt gemacht und hat dann die nächste gruppe hansl getroffen die dann mit dieser anderen gruppe von ich weiß nicht mehr wie die hießen die waren eigentlich angehängt waren und ja aber die war noch getrennt voneinander also die drei die gehängt werden sollten waren ja etwas weiter des weges der muss da noch mal dahin gehen ja genau jedenfalls war er denn nachdem er die jetzt alle platt gemacht hat war das schon seine rache oder sind da noch welche die ihm entwischt sind also ich glaube direkt beteiligt daran war dann so jetzt mal keiner aber dass er ist ja nicht unbedingt der typ der vielleicht aufhört nur weil jetzt schon die tot sind die direkt daran beteiligt waren der geht ja dann auch gerne mal bestimmt ein bisschen weiter aber jetzt scheint das so als würde er zumindest diese wut er offensichtlich er hat als würde die gelenkt werden in eine richtung so dass er auch wieder in richtung großer konflikt und er macht jetzt noch mal er muss ja auch irgendwie muss er ja wichtig noch mal richtig werden also richtig wichtig ich meine ich baue doch nicht eine komplette folge darum wie der jetzt wieder zurückkommt und wieder sich irgendwie ein bisschen entwickelt wenn er nicht noch mal echt eine wichtige rolle spielt die frage ist hat ob er sich irgendwie entwickelt hat weil er wirkte jetzt also bei dieser gemeinde war schon so ein bisschen ein setter keinen bock mehr auf kämpfen und lieber auf holz hacken und jetzt wird die gemeinde abgeschlachtet ist natürlich jetzt nicht ideal gelaufen aber jetzt ist er schon wieder sehr sehr blutrünstig oder so dass er den kopf abschlagen und also erreicht die hänge nicht nee dann gibt mir wenigstens aber das meine ich aber das von wegen er hat jetzt er sieht glaube ich jetzt eine möglichkeit also er weiß dass er diese wut hat und dass er diese dass er auch einfach gewalttätiger mensch ist und jetzt hat er aber eine richtung jetzt hat er irgendwie vielleicht die hoffnung darauf dass er mit so wie er ist vielleicht doch noch zu was gutem zu gebrauchen ist so wirkte das wäre genau also die gruppe mit der er jetzt unterwegs war mit diesem unsterblichen und so waren das die ist da aria und ihre rasselbande mal mit denen rumgezogen oder war das mit brand und ne wenn die caitlin war bei denen mal also die stark mutter und da gibt es auch so eine geschichte es gibt ja immer noch so eine in der serie noch nicht aufgetauchte figur die mit caitlin stark zu tun hat und die ist wohl in den büchern zusammen mit dieser brotherhood dann später unterwegs beziehungsweise führt die brotherhood an und das es gibt jetzt auch eine theorie dass das jetzt ein hinweis darauf ist also dass die überhaupt wiederkommen weil die waren jetzt einige staffeln lang nicht mehr zu sehen dieser tendern und der und der priester dass da jetzt quasi noch eine truppe aufgemacht wird die auch eine sehr sehr triftigen grund hat zumindest gegen die lannisters zu arbeiten und das sind eben diese brotherhood und die werden natürlich mit dem hauen schon ganz gut verstärkt aber ob dann diese leitfigur auch noch kommen wird das wäre natürlich so eine typische schlussüberraschung jetzt für die staffel bin also war krass aber muss man mal sehen ansonsten weiß ich nicht genau warum sie die brotherhood jetzt überhaupt wieder eingeführt haben außer dass der hauen jetzt irgendwie eine fraktion hat für die er kämpfen kann wobei ja dem serienzuschauer der jetzt nicht mehr so aufgepasst hat beziehungsweise weil die auch schon lange nicht mehr zu sehen waren dass die gar nicht wissen wofür die brotherhood eigentlich kämpft ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr genau was die ich vor ich weiß es natürlich ich weiß nicht wie heißen wer die sind aber das weiß ich aber das war doch diese szene wo wo der hauen mit ne der doch der hauen mit mit aria in der höhle war und er ihn dann umbringt einmal und er steht dann wieder auf nach stimmt ja ja das hat das sogar gesagt die hatten sich schon mal begegnet dann war das doch mit aria hat die mal getroffen naja ja was war die nächste szene ist dann geht es dann in king's landing weiter oder was war dann in king's landing was diesmal fritz nachgucken ob das auch wirklich schnell in den landen geht es weiter ne quatsch es geht dann noch mal kurz erst noch sehen wir diese szene wo wo hier na wie heißt der kleine thürion thürion den seinen sein kumpel da war es verabschiedet und ja ist der sich jetzt auf den weg macht wonach sucht er noch mal genau was das sagt er nicht glaube ich doch aber er sucht nach verbündeten in westeros genau genau er fährt nach westeros und ich könnte mir vorstellen dass er die die flotte von dings trifft von bonnie die flotte der doch die flotte von allen morgen flotte genau die abtrünnige ironborn flotte von der schwester und dem wenn ich mir vorstellen dass die sich trafik ja die wollen ja auch direkt was man ja das ist eigentlich wenn der dings wenn der euro und radio wenn der jetzt doch irgendwie im schnellverfahren die 1000 schiffe auch noch baut und dann kommen da nämlich 2000 allen worden schiffe an und die brauchen eigentlich hausend für die dothraki ist ja voll geil dann dann rekrutiert sie hat irgendwie noch drei sklavenstädte und zwei pferdestämme und gut ist da brauchen aber noch 13 staffeln dafür dann wo werden wo sie immer wieder aus dem feuer treten muss um an der weisen dass sie wirklich was drauf hat man das ist wie so eine präsidentschafts kandidaten vorwahl wurde dann immer in anderen städten sie ans rednerpult tritt mit dem gleichen lahmen zu ja also dann haben hat er sich verabschiedet und nach dem motto wenn ich mich irre dann sehen wir uns eh nicht wieder und wenn wenn er recht hat dann kommen damit verbündeten wohl zurück soll man ganz kurz da bleiben was da alles so passiert ist in der folge ja weil da kam diese unsägliche wir erzählen jokes geschichten fand ich gar nicht so unsäglich fand ich in dem sinne unsäglich als dass ich irgendwie lieber was anderes sehen also das ist das ist eine von diesen szenen wo ich so denke cool wenn ich nicht wüsste dass es nur noch irgendwie insgesamt acht folgen von dieser serie oder so ungefähr gibt dann aber dann fand ich es ein bisschen doof ich mag total den diesen captain von ansalit und und also ich mag das total wie die eben durch dadurch dass sie halt so als sklaven und als ansalit waren dass sie sich halt also von dem wie sie sich geben eher wie kinder drauf sind aber dann doch so zurückhaltend und die aber eigentlich gern schon mal spaß haben würden aber sie wissen gar nicht wie das geht und dass der tyrion genau der richtige ist um das aus ihnen so rauszukitzeln und das fand ich eine nette szene also gut ich gebe dir recht wenn halt nur noch so viel begrenzte screentime für diese ganze geschichte übrig bleibt vielleicht was man eher hätte wegschneiden sollen aber ich fand es eine herzige nette szene man hat das gefühl dass jetzt natürlich wieder diese die serie als als werk sehen und wie man wie man die hätte besser machen können statt in der geschichte zu bleiben aber es hat schon den den eindruck oder macht den eindruck als müsste man missander und den gray worm halt auch immer mal wieder zeigen und da sie ja gerade nicht viel zu tun haben dann muss man hat sie halt als charakter irgendwie darstellen nämlich jetzt halt in dem fall ja okay sie haben dann doch auch irgendwie eine humorvolle seite die bisher nicht zum tragen kam ob das dann was bringt oder nicht das ist dann die frage aber naja also so wie stimmt ja bei denen in der in der in der für die zukunft fände ich halt das interessant wenn sich jetzt am ende herausstellt dass die beiden durch ihre position und vielleicht auch wie sich die die welt politisch weiterentwickelt einfach auch später eine sehr sehr wichtige politische funktion haben und dadurch dass die jetzt durch ihn ausgebildet werden auch ein bisschen im leben in der politik aber auch im zwischenmenschlichen dass die vielleicht später dann so ein bisschen etabliert werden als okay das sind vielleicht gute anführer oder gute mehr vielleicht anführer ist vielleicht zu viel aber gute verwalter für etwas was später irgendwie dann mal aus diesen ganzen konflikten neu herauswächst also das ist vielleicht die neue generation der man der man einen ein bisschen andere neue lehre beibringt weil die kommen halt aus dem volk und ja sogar so ein bisschen so dieses ja so die leichten demokratie ansätze auch wenn sie natürlich da noch ein da noch ein königreich haben aber sie kommen aus dem aus einer unteren ebene und werden jetzt ausgebildet für für führungspositionen und bis jetzt hatten wir ja überall immer nur so naja wir sind halt geboren und sind könige oder sind durch geburt sind wir wichtig und das sind die ja nicht ja das stimmt im gegenteil und deshalb werden die vielleicht das wäre wenn ich verständlich dass deshalb so viel energie in die reingesteckt wird weil die vielleicht später diese aufgaben haben sollen ansonsten immer eine gute idee sich von dem alkoholiker als politiker beraten zu lassen und ausbilden zu lassen wobei tyrion ja jetzt in der in der staffel war auch mal ganz schön dass er eben nicht doch immer recht hat sondern dass sein ganzer plan jetzt mit den quasi dem appeasement gegenüber den sklavenhaltern und so dass das einfach sowas von schief geht weil die sich einfach nicht von ihm einlullen lassen und dann tatsächlich die stadt angreifen mit der flotte und das ist keine kleine flotte so das war dann auch mal ganz nett zu sehen wie tyrion eben ich bin der große instinkt politiker und ich krieg das schon hin und man muss nur man muss nur reden mit die leid und dann funktioniert es halt gar nicht und so war das ja das ist aber auch wieder so ein punkt wo man sagen könnte okay da ist so die alte generation gegen die neuere generation weil die jüngeren haben ja gesagt nein das wird so nicht hinhauen und dass das vielleicht auch so ein bisschen lernprozess für ihn ist dass es eben dass die alten regeln so nicht mehr ganz gelten dass er vielleicht auch bereiter ist zu sagen okay wir brauchen hier irgendwie was was ganz neues und vielleicht müssen wir bei bestimmten sachen auch echt radikal sein mal gucken und dann kam die königin zurück und sie hat den drachen dabei was wird jetzt wohl passieren ja aber auch wie das wieder war so mit diesem wie sie immer inszeniert wird als die große heilsbringerin und sie regelt das schon alles die hat halt irgendwie drachen geschenkt bekommen die sie halt null unter kontrolle hat und die halt dann zufällig ab und zu hilfreiche dinge tun und den großteil der zeit aber irgendeinen scheiß machen und die halt einfach sich selbst überlassen und gut jetzt kann es sein dass der drache schon off camera oder in der nächsten folge die ganze flotte abfackelt aber so ist das wieder so aus der kommt an setzt sich auf diesem dach ab fliegt weg okay jetzt haben wir halt hier so eine blonde eine mehr so yes ja man kann schon glaube ich davon ausgehen dass der drache jetzt die flotte niederbrennt ja ich will es hoffen wenn nicht dann bin ich in der nächsten folge noch viel wütender in der nächsten folge nicht weil in der nächsten folge sind wir wahrscheinlich nur im norden bei der großen siehste werde ich so viel wütender sein aber ähm ja niederbrennen wäre jetzt ein schöner äh übergang zu zu king's landing wollen wir den nutzen ja da gibt es ja in der in der anderen region gibt es ja nichts mehr in marine stimmt ja ja genau äh und den king's landing fand ich persönlich sehr sehr spannend die geschichte dass ähm jetzt thommen sich offen gegen seine mutter stellt weil er ähm das edikt ausgibt dieser dieser plan also sie muss ja immer noch vor gericht und sie vertraut ihr immer noch darauf äh dass sie quasi per trial by combat ihr da durchkommt weil sie nun mal den stärksten kämpfer der welt hat mit dem mountain zombie der auch begleiten hat dass er recht kräftig ist boah war das eine gute szene wieso haben sie das nicht schon viel früher gemacht dieses blöden sparrow typen da immer es kommen die sekten heinies auf ihn zu und äh sagen quasi sie soll irgendwie in die septe kommen um irgendwas mit dem high sparrow zu besprechen und sie sagt so nee der soll mal schön hierher kommen und dann sagen sie so ja wir können jetzt halt da mit gewalt arbeiten und so ja dann nehmen wir doch bitte im zweifel die gewalt und dann zeigt natürlich der mountain was er drauf an indem man dem anderen einfach mal den kopf abreißt aber das geile ist halt auch das ist halt der ist halt zwei meter groß in full plate armor und man sieht durch den helm durch dass der so ein halber zombie ist ja klar würde ich da den ersten schlag probieren wenn du ein fanatiker wärst deswegen werde ich nie attackieren ne und dann dann tritt sie da eben auf beziehungsweise wird da auch schon von ihrem onkel von ihrem onkel auf die galerie verwiesen weil sie jetzt auch nur noch eine ganz normale lady ist halt des hofes und man merkt halt dass ihr zunehmend nicht so ganz passt was da passiert und dann sagt der tommen ja try by comet gibt es nicht mehr sondern ordentliche gerichtsverhandlungen sie muss sich verantworten und das gefällt ihr natürlich gar nicht weil sie halt einige sünden hat die sie sicher nicht zugeben wird und dann kommt diese szene das habe ich nicht ganz verstanden habt ihr das da raus gehört was das mit dem wildfire zu tun hat oder ist das auch nur eine theorie weil sie redet ja dann mit dem cryburn mit ihrem komischen meister da von wegen ja ob das jetzt denn stimmt und so und dann sagt er ja seine little birds haben herausgefunden dass da eine ganze menge ist habt ihr das mitbekommen oder was da gemeint war ich weiß nicht worauf sich das habe ich nicht verstanden das habe ich auch zweimal irgendwie geguckt worauf sich das bezieht also hat er dann nur gesagt es gibt eine ganze menge weil ich hätte es im ersten moment so verstanden dass sie belastende informationen über irgendwen gefunden haben kann auch sein also meine interpretation wäre eh gewesen dass die über diesen high sparrow was rausgefunden haben kann auch eine ganze menge also und was und die andere theorie ist dass von den wildfire noch so viel genau die theorie ist dass unter der stadt wohl extreme mengen von diesem grünen wildfire das auch in dieser blackwater schlacht zum einsatz kam dass da noch voll viel da ist und dass cersei jetzt plant jetzt wenn sie sich da weil sie sich nicht vor gericht verantworten will und weil sie es wohl auch in vielen dialogen schon angedeutet hat dass sie einfach die ganze stadt niederbrennt trial by fire und das wäre schon also es wäre natürlich ein bisschen heftig aber es wäre schon ein krasser schnitt wenn sie halt einfach die ganze stadt zerstört nochmal zurück zu dieser kopfabreiß also redet noch fertig ne war ich jetzt also wäre jetzt die frage was eure meinung da ist glaubt ihr das und haltet ihr das für realistisch dass das passiert oder nicht naja schon langsam hat sie nicht mehr so viele optionen wenn halt trial by combat nicht mehr erlaubt ist ihr bruder also der jamie ist nicht da sie hat ja sonst niemanden so aber jamie kann ja jetzt zurückkommen ja aber das dauert ja ist die frage ob der ob aria schneller zurückkommen kann bis nächsten montag ob die flotte fertig gebaut ist oder ob er schneller wieder zurückkommt ja wie gesagt also ich habe ich weiß tatsächlich ich habe nicht verstanden was da jetzt das ist was sie wovon sie viel haben weil sie haben es ja nicht genau gesagt aber ich fand generell irgendwie ganz interessant dass so dieses dass sie noch weiter in die ecke gedrängt wird also nicht mal dieser eine trumpf den sie noch hatte ist noch da und das also ich freue mich ja wie gesagt schon die ganze staffel auf diese explosion die quasi dann kommen muss oder hoffentlich kommt und ich hoffe ja drauf dass das so eine krasse fiese abmetzelscheiße da wird wo die ganzen religionsheinis da niedergemäht werden da hoffe ich dass es so läuft nicht dass es irgendwie gar nicht für sie gut ausgeht komischerweise bin ich ja total für sie obwohl sie ja auch eigentlich sie ist ja nicht die gute klassischen sinne ja aber das in dem fall ist dann doch auf ihrer seite ne ja ein bisschen schon fiese abmetzelscheiße ich hab die folge angeguckt und jasmin guckt das eigentlich nicht und kam halt dann nur kurz ins wohnzimmer rein als das gerade lief als die szene kam wo der hound mit der axt die leute alle zermäht oder ich weiß nicht welche zuerst kam ich glaube die haundszene kam zuerst und dann meint sie ja so boah was ist das für eine übertrieben brutale scheiße und ich so ne ne das ist halt diese eine szene aber das ist schon komplexe geschichten und charakterdrama und machtverhältnisse ja ja geht halt raus aus der küche kommt ein paar minuten später wieder rein reißt halt gerade am mountain jemanden im kopf ab dann guckt sie mir nur so an so na gut dann zeig ihr mal den oberen kampf ja dann war mein king's landing erstmal durch ne war noch was dann ist noch die belagerung von lagerung ja und das das ist mir nicht so ganz klar was denn da eigentlich erzählt wird also jamie wurde weggeschickt damit der riverrun nimmt man weiß nicht genau warum weil da immer noch die veritalis unter ihrem nicht ganz also und nicht um dem legitimen anführe aber in zehn minuten müssen wir fertig sein unter dem blackfish da die die burg haben die ja der familie gehört und der eigentliche burgherr das ist der edmor tali der ist der gefangene von von jamie und da kommt auch noch brienne von tat dazu ich glaube dass da jeder mit jedem schläft ersparen sie mir das ich fand es schön dass die brienne und der jamie sich mal wieder getroffen haben das finde ich irgendwie ein cooles verhältnis dass die so entgegen aller logik und allem was ihre häuser so gegeneinander haben dass die da irgendwie dann doch befreundet sein können wobei man weiß nicht ob es wirklich ist das eine freundschaft ist das nicht eher so ein so eine extreme form von respekt ich weiß nicht das wirklich freundschaft ist aber sehr aneinander geschweißt nach dieser einen tour da und das macht das ist finde ich mit die interessanteste konstellation gerade weil die so weit voneinander weg sind und sie jetzt auch in der folge jamie der ja auch immer so ein halb sympath ist dann wieder extra mit diesem dialog mit edmor der da an den fall gekettet ist extra jetzt wieder in fies darstellen müssen oder so dass man sagt okay das ist keiner von den guten also insofern ist es dann extra spannend weil brienne ist halt eindeutig eine von den guten also die hat noch nichts noch nichts böses gemacht obwohl ich diese letzte szene nicht ganz verstanden habe weil er doch so verstohlen guckt ob jemand sieht dass die wegfährt naja weil es hat seine aufgabe gewesen wäre die zu melden ja aber das hätte er ja schon machen können als die ins camp gekommen ist also was hat sich denn groß geändert außer jetzt dass man sagen kann okay die hat gesagt wenn wenn sie da kämpfen müssen dann müssen sie gegeneinander kämpfen aber sie mussten ja nicht kämpfen und eigentlich und wenn er dann sagen würde er die lassen wir jetzt hier gehen als ob seine armee dann sagen würde ja nie chef also die jetzt hier die keiner von uns groß kennt auch nur so ein kontrollblick ob jemand guckt weil vielleicht kann er also wenn ich einfach nur ausschau halten wer versucht da zu fliehen werden die vielleicht nicht vorher nachfragen wer das ist bevor sie den niedermädseln ja wobei das alles diese er hat jetzt den etmor überredet dass der seine eigene burg quasi im frieden nimmt als ja das ist ein ganz schön blöder weil er ihn erpresst hat dass er noch seinen sohn als geisel hat das ist ja immer so als ob als ob diese anderen hansel die vorher diese belagerung für den nicht mal auf die idee gekommen wären dem zu drohen mit dann bringen wir deine familie um wenn du nicht dafür sorgst die die tür aufmachen und dann muss halt extra ein jamie lannister ihm das sagen aber das haben sie in der letzten folge schon etabliert dass die halt so inkonsequent waren dass die das nicht ja dann ist aber sie denn das nicht geglaubt haben dass sie es tatsächlich machen dann ist aber jetzt die frage was passiert denn jetzt mit der tallye armee weil sie haben jetzt hat quasi die burg aufgegeben und die burg ist im grand scheme glaube ich vielleicht jetzt auch einfach mal gar nicht so wichtig wenn alle wissen was wirklich das problem ist im norden und so und der blackfisch der war sehr sehr stur und hat gesagt nee ich gebe die burg nicht auf und hat sich dann quasi auch selber geopfert in diesem kampf obwohl sein der eigentlich gehört hat man gehört obwohl der eigentliche burg gemeint hat so nee wir legen jetzt die waffen nieder und dann wird diese tallye armee quasi raus eskortiert und was passiert jetzt sie sind jetzt dann gefangen in der lannisters oder werden die auf freien fuß gesetzt wahrscheinlich nicht weil sonst könnten die ja auch mit in den norden gehen wenn sie sagen so okay unsere burg ist weg jetzt haben wir ja zeit können wir ja damit kämpfen aber das werden die länder ist aber ehrlich gesagt ich habe das so verstanden dass die schon jetzt da frei sind weil also dass das jamie ist doch scheißegal was da passiert ja der hat doch in der szene in dem zelt klargemacht ich will hier bloß weg und der wird seine truppen mitnehmen und wieder nach hause rennen warum soll der sich seine truppen damit irgendwie jetzt bewachen wir mal hier noch so eine andere armee aufhalten glaube ich nicht ich glaube die sind da jetzt frei das heißt er hat quasi die burg für die frais erobert weil die zu doof waren und übergeben jetzt riveran den frais weil das deren offizielles quasi protect wie sagt man da von den lannisters die sagen okay das gebiet hier riveran und so weiter das gehört jetzt den frais und die können jetzt an die burgern das heißt der zieht mit seiner armee ab und die frais werden die die tali armee auch nicht bewachen andererseits wenn die frais die tali armee nicht bewachen dann könnte die tali armee ja auch jederzeit wieder versuchen die burg einzunehmen also irgendwas irgendwie müssen die hause ausschalten aber 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 die haben ja gar keine die haben ja jetzt niemanden mehr der das unbedingt will blackfish ist ja eine anführer der da jetzt so wahnsinnig hinterher war wo er die armee auch schon nicht so wahnsinnig begeistert war ja stimmt wer wer soll denn da jetzt sagen ob es erwartet machen wir jetzt noch mal aber hockt dann der edmor in der burg mit frey leuten und sagt ja schön jetzt habe ich meine burg aber ihr habt die kontrolle super hier es wird schon irgendeinen grund haben warum das alles noch so gemacht wurde also aber dann stand jetzt haben doch sansa und john snow eigentlich keine armee naja sie haben noch die sie haben noch die armee die von der kindlichen kaiserin von dem kindlichen kaiser oder welche meinst du ach so nee die das sind die von den bärs ja von den bärs und von den mormons und sie hat ja kommt ja noch sansa hat ja die littelfinger armee von hat ja die auch noch angefordert stimmt hat dem ja einen brief geschrieben so und dann wer weiß ob die talis da auch noch hinkommt das ist jetzt eine volle textaufgabe so eine littelfinger armee bewegt sich mit zwei pferdestärken richtung norden gleichzeitig wichtig sich aria mit einem schiff richtung king's land mit einem ICE von darmstadt aus interessant aber dass das können ja unsere lieben zuschauer bis zur nächsten folge ausrechnen beziehungsweise wir sehen es einfach am nächsten montag alle mann ich nicht schauen dann mal da bin das heißt das schon mal als warnung die nächste recap folge gibt es dann wahrscheinlich auch nicht am dienstag sondern später sei denn ihr macht die ohne mich vielleicht machte die ja oder wir rufen mal schnell bei hbo an und sagen dass sie das später aus der sender heißt auch habe in der nächsten folge werden wir aber wahrscheinlich gar nicht so viel lernen denn das nächste nächste folge ist die action folge zwei armeen gegeneinander und das wird zumindest wenn man sich den trailer anschaut es wird wohl schon trailer es gibt doch das gibt immer am tag danach schon den trailer für die nächste folge und sage ich mal also john sieht nicht unbedingt super zufrieden aus das mal als teaser was passiert wissen wir noch nicht aber was nicht um aber in den ganzen anderen szenarien da werden wahrscheinlich erst in der finalen folge in eineinhalb wochen erfahren was da abgeht und dann ist wieder vorbei mein gott dann besprechen wir einfach noch mal alle folgen mit dem wissen dass wir jetzt haben wir fangen noch mal mit folge eins anstatt das war soweit von folge 8 no one sehen sie nächste woche die besprechung von battle of the bastards bis dann bis dann